Moinchen Leute, hier ist euer Anthony Tristan wieder. Wie ich angekündigt habe, habe ich meinen zweiten Kanal, wie so, wie meinen dritten Kanal hochgeladen. Und ich habe beschlossen, ich habe mit ein paar anderen YouTubern gesprochen, dass ich meine Let's Plays weiter, weiterführen werde. Nur mit einem anderen Konzept. Das Konzept wird so sein, dass ich halt bessere Qualität hochladen werde. Ganz einfach. Meine anderen Let's Plays sind für mich sehr lustig. Das Problem ist für die meisten sehr kritisch gewesen. Deswegen werde ich es versuchen, jedem gerecht zu machen. Denn man kann es nicht jedem gerecht machen, aber ich werde es versuchen. Wie gesagt, ich habe einen zweiten Kanal erstellt. Alle Infos stehen in der Beschreibung. Let's Plays werde ich weiter auf Anthony Tristan hochladen. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr ruhig Fragen stellen. Ich werde sie alle beantworten, wenn ich Zeit habe. Wie gesagt, ich habe noch andere zwei Kanäle. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt, aber ich habe andere zwei Kanäle, die ich verwalten muss. Und das ist richtig viel Arbeit. Aber ich freue mich wirklich, dass ihr dieses Video bis zum Schluss angeguckt habt. Das ist mein Kanal-Trailer. Finde ich cool. Und macht weiter so. Euer Anthony Tristan. Und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Tschüsschen.